Yo, meine Freunde, wir sind jetzt auf und zu wieder in der Antarktis, man. Es ist arschkalt, man. Wie im Real Life, verdammt, man. Es ist Oktober hier, der 10. Oktober, man. Und wir haben draußen eine scheiß Kälte, man. Genau wie ein scheiß Spiel, hat er. Und deshalb starte ich gleich mal hier an, Alter. Ich bin immer noch genervt von diesem verfickten letzten Part, man. Ey, das geht mal gar nicht hier. Ich bin wieder mal tierisch genervt hier, Alter. So, ich lasse jetzt hier ab. So, fertig. Das wird nichtby. Oh, das war's. Das war's. Ja, nicht. Ich habe ja so gefroren. Das könnte man natürlich zum Verfängnis werden. Genau wie die Nazi, die da steht. So. Das lebt, das schon. haben die um und was was sie da haben oder was auswuchs des herdinger mann normal dass der alarm losgeht kommen kann ich auch vielleicht ausfüllen aber ich denke eher nicht oder niemand leider ich war gleich zum zweiten haus mann was schon das für ein teil alter mein gott voll ghetto hier die bronx alter muss man aufpassen manche stimmen die schweine auch ein secret und zwar noch ein nettes ja bei mancher stimmen die schweine auch mitten irgendwie hinter dem haus und kann man einfach hinten ab ja diese feigen penner erinnert mich ziemlich an türken so ich glaube es ist der eine mit mit dem kommentar mit 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 auf mit dem landwerfer genau habt ihr es gesehen was sie schwach sind ja unglaublich man hatte ja wenn ich die mit erwerbte spiel noch mal dinger remaken aber ohne diesen diese ganze spielfeder unglaubliche heute von vorn oder was mir echt kein bock drauf ich glaube auch so dumm und fertig wenn ich schaffe dann schaffe ich wenn ich dann nicht kann auch jetzt noch rum zu ficken mit diesen fernern alter kurz speichern die regeln mich wieder auf mann so tschüss hier ja genau hat nun yo 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 boh ja genau schießen und er kann auch nicht normal schießen so fertig hier gibt es jemanden zum Aufknall zum Snipern oder sowas ja stellt sich mal zur Verfügung ach f*** ich komm hatte oh da oben sich an Lauch keine Sorge Harry ich komme hoch wenn ich wüsste wie wie komm ich doof vielleicht kann ich hoch ne doch ne verdammt na wahrscheinlich von hier genau so ein verdammter Hurensohn alter was läuft ja ich meine das war mal früher mal einer meiner Lieblingsspiele aber jetzt das ist so ein Scheißdreck echt keine Lust mehr auf dieses Scheißspiel man fliegt mich so auf alter was ist das für einer oh der kommt mit dem Venom alter dieser Hurensohn Kartoffel mal gucken wo ich wieder starte ganz am Anfang ganz am Anfang das will ich nicht hier XXX halt ne das war der Lauf du Tumor Hosen Lauf du Tumor Hosen Lauf so ich ruche es einfach hier durch weil ich echt keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß hier durch die halbe alter ja die ganze halbe Armee hinterher habe ich scheiß drauf man bevor ich da reingehen Leute speichern lieber nochmal ab man sicher ist sicher so was lang lebt denn diese Lauch was ach komm fickt euch man ich kann Bock es nicht herzustellen alter mit diesen Nigam so wenn ich hier mal ein Sneijper finden würde genau so einen schwachen dreimal mit Sneijper und der Typ lebt noch weiter so einen schwachen dreimal mit Sneijper und der Typ lebt noch weiter komm schon wieder rein ich spreche nochmal kurz man hier geht es echt zur Sache man von Jürgen das Spiel ist doch katastrophal man ja 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 kommt rein Juhu im Sinne da steht einer schrift mach fickt den Vater du Huch und so ey man ja du 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 Ach, Headshot! ich komme dazu kann abfährt sich man aber ausgestattet dieser fightling oh man, wie viele nazi-teller waren, verdammt nochmal, lauf da rein alles klar ich mach nur mehr Licht an, Alter so, jetzt ach, komm Alter, fick doch deinen Vater, du Hoden, so ein Dreckiger ja, schön finde ich, Alter Schuss 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 Schuss